Wir hatten von Anfang Andruck. Ihr Medien habt uns von Beginn Andruck gemacht. Viele haben scheinbar vergessen, wo wir herkommen, was wir in den vergangenen vier Jahren geschafft haben. Es war ein außergewöhnlicher Weg, um an diesen Punkt zu kommen. Jetzt erwartet ihr, dass wir die EM gewinnen. Ich bleibe aber auf dem Teppich.